Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Faszien Rollentest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Faszien Rollentest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Maximo Fitness Faszien Rolle. Die aus dem mittelfisten EVA Produkt konstruierte körperliche Fitness Faszien Rolle von Maximo zeichnet sich durch ihre Top-Qualität aus, dank des Materials und der erstklassigen Handarbeit. Das Ethylen-Vinylacetat EVA macht die Funktion leistungsfähiger und auch leistungsfähiger und eignet sich daher sehr gut für alle sportlichen Aktivitäten wie Yoga, Pilates, Fußball, Rugby, Laufen, Gewichtheben oder Gehen. Die strukturierte Oberfläche ermöglicht eine angenehme Muskelgewebemassage dank der glatten und auch Aktivitäten. Die Maximo Physical Fitness Faszien Walzer hilft Ihnen, Stress zu starten und den Blutfluss zu verbessern, um sicherzustellen. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Fitness Faszien Rolle. Für eine Tiefenmassagetherapie ist die Faszien Walze mit 3D-Noppen von FitNation eine große Auswahl. Das Besondere an der Massage Walze ist ihre Struktur. Die Walze ist mit unglaublich leichtem Schaumstoff überzogen, während das Innere aus einem robusten Hohlkern besteht, der der Walze die nötige Sicherheit bietet. Dieser Massage ist perfekt zum Aufwärmen vor dem Training. Sie können es verwenden, um Verletzungen bei sportlichen Aktivitäten zu vermeiden und Rehabilitationsmaßnahmen viel zuverlässiger zu machen. Sie erhalten sicherlich zwei elektronische Bücher mit verschiedenen Übungen und Zugang zu 10 Lektionen aus dem Internet-Videoclip-Programm für die Pflicht. Auf Platz 3 haben wir die Bodymatte Faszien Rolle. Die Bodymatte Faszien Rolle ist ein effektives Trainings- und auch Massagewerkzeug. Mit einer Dimension von 30 cm und einem Durchmesser von 15 cm liefert die Rolle alle Gebäude, die eine große Faszien-Rolle für Anfänger und Profis haben muss. Die Größe ist ausreichend für eine Ganzkörpermassagetherapie und klein genug für einen sehr einfachen Transport. Sie erhalten ein elektronisches Buch mit umfangreichen Übungen für die Pflicht. Es besteht aus vielen wertvollen Trainingshinweisen mit Trainingsanführung. Nach einer allgemeinen Einführung in das Thema Faszien, werden Sie sicherlich entdecken 25 Übungen mit der Faszien-Walze, die mit Illustrationen gegeben und in Führer angeboten werden. Um zu Goff Nummer 2, haben wir die Liebscher und Bracht. Die Liebscher- und auch Bracht-Schmerztherapie ist eine eigenständige Methode, um Beschwerden effizient zu lindern. Diese Methode hat sich seit über 25 Jahren bewährt und ist auch das Ergebnis der Funktionserfahrung von Dr. Petra Bracht und auch Roland Liebscher-Bracht. Bei 90% der Personen, die nach dieser Technik behandelt wurden, konnte mit Hilfe der Liebscher- und Bracht-Beschwerden-Therapie geholfen werden. Die Leistungsfähigkeit der Technik basiert auf der Erforschung, dass die muskulös-fasziale Fehlspannung unbehagend verursacht. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Everest Fitness Faszien-Rolle. Eine Faszien-Rolle, die auch für viele Kunden gut funktionieren kann und auch zu einem sehr günstigen Preis erhältlich ist, stammt aus dem Markennamen Everest Health & Fitness. Der Lieferant versorgt Sie ebenfalls mit dieser hochwertigen Faszien-Walze mit einer Funktionsbroschüre, die viele unkomplizierte Workouts enthält. Sie können diese professionellen Zeiger als Leitfaden verwenden, wenn Sie besonders Stress abbauen oder Stress und Angst abbauen möchten. Vielen Dank an energetisches Faszientraining, das ist sehr einfach in der Technik durchzuführen. Die Faszien-Rolle von Everest Physical Fitness wird, um nur einige Punkte zu nennen, mit einem Werkzeughärtegrad geliefert. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.